Mittelschens, knapp Paint, ja, und Fotofilter, ein Mix aus beiden Und damit fahr ich bis jetzt ganz gut, würde ich sagen, oder? Denkt dran, Leute, wenn ihr Werbung machen wollt, fällt mir gerade so ein Kommt in meine Facebook-Werbegruppe Ich mach den Link hier auch nochmal rein, in die Beschreibung Da könnt ihr euch, könnt ihr eintreten Die hat jetzt mittlerweile 520 Mitglieder oder sowas Und wenn ihr da Werbung reinpostet, wird sie eben gesehen, na, ist nicht schlecht Was, 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 was Komm mal her, Mensch, bum, bum Zehn noch, 950 Hallo, ach ja, ist die gut, SMR? Bestimmt nett, ne? Die sieht schon wieder so kacke aus Naja, hoffen wir mal das Beste, nicht wahr? Ich hab mir schon überlegt, ah, Turmbombe So ein Spiel hier auch Dienstag zu spielen, also irgendein Cod-Teil Beziehungsweise, also, nicht ein Cod-Teil, sondern Zombie-Modus bei Cod, aber soweit ich weiß, ist es ja nun Begrenzender maximal 4 oder so Berichtigt mich jetzt bitte, wenn ich hier falsch liege Wenn das so ist, dann ist es natürlich Quatsch, ne? Weil letztes Mal waren wir, glaube ich, schon 5 oder 6 Ist ja immer unterschiedlich und ja, können wir das leider nicht spielen Also ich bin mir sicher, dass ihr das jetzt vorschlagen werdet Wenn ihr das hier seht, wir können es nämlich nicht machen Außer, man kann doch irgendwie so einstellen, dass Mehrere Leute mitspielen können, aber wir können gerne Cod-Online spielen halt einfach, also Ja, damit ich de Werl freue, wisch? Da könnt ihr mal sehen, wie ein Profi spielt, wenn de Werl dabei ist Der bumpt euch und nuket euch hier oder zwei Nein, jetzt kriegt er mich nicht, ihr Pimmel nach Ihr kriegt mich, oh Gott, nein! Bin ich behindert, oder was? Was mach ich für eine Scheiße? Ich bin... Ich spiel, als hätte mir jemand die Hände abgehackt Fuck! Echt lächerlich, was ich hier wieder für eine Kacke mache Ich spiel wie ein verkacktes Kind Wie ein Kind, das sich in die Windel gekackt hat und das nicht zugeben will Nein, ich hab mich nicht, oh, so spiel ich gerade Und gerade Kinder, die sich vollgekackt haben, das sind die ganz fiesen Die stinken ganz fies So, euch Nasen mache ich direkt So, mal fertig, alle Aua, was mich denn da? Im ersten, damit decken wir die doch eh alle mit einem Ding, ne? So, fertig, fertig Also noch 17 Schuss, die muss ich verballere Was? Da sind schon welche drinnen Ja, diese Störenfriede müssen natürlich gestört werden In meinem Frieden Ihr stört den Hausfrieden Hausfriedensbruch Ich will mich nicht so lang mit dem Spiel aufhalten Ich will jetzt einmal bis Welle 80.000 Und dann, dadurch, dass die Dummschwätzerfolgen ja nur montags und dienstags kommt Beziehungsweise montags eine Folge kommt, die ich ausgesucht habe Und dienstags eine Folge kommt, beziehungsweise ein Spiel, das ihr euch ausgesucht habt Es sind dann so lange Folgen ja ewig zu sehen Ihr wollt ja auch ein bisschen Abwechslung, andere Spiele Und dann dauert das halt von, geht das von Woche zu Woche nur so voran Deswegen will ich nicht so viel produzieren Eigentlich, bei einem Spiel Naja, komm Bist du wie ich mein? Die Motherfucker Das macht schon ein bisschen Spaß Schon ein bisschen cool Um Aketen aber auf Fliegen zu schießen Aber irgendwie auch total behindert Klar, es ist nicht schlecht Aber, ähm, es ist nicht schlecht Alle sind so kopflos Wie im wahren Leben auch, wenn der Atombom hochgeht, fliegen nur die Köpfe weg Ist halt blöd, dass es auch, äh, auch schon ohne Kopf tödlich ist No, I'm the right now, the wreck Double points Ha, 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 double points Carpenter Bo, ja, 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 ja Angriff der Pimmel-Zombies Die hat einfach einen Raketenwerfer gefressen Die verregt Hat diese noch alle Und sie hat doch gerade mal ein Bein verloren Oh ja, ich liebe Flash Flashs Oh ja, ich Sag mal Sage mal, was hab ich denn hier für ein scheiß Pech Oder? Ich verreck gleich Oh Gott, 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 oh Gott Hallo, hallo, guten Tag, wie geht's euch, ihr stinkt nur nach Kacke, la, la, la Wenn man so im Kreis läuft, ne, ich mein, das ist ja auch immer der Tipp, den man bekommt Love im Kreis, du Juck, love schon im Kreis Ja, das, äh, das war jetzt nicht schlecht, das war nicht schlecht Hab ich schon gut gemacht Kann ich der Alte auch die Granate in die Fresse schießen? Hallo Ah, durch jeden Aufschlag, äh, wow, wow, wow Wehe, es ist keine gescheite Waffe, dann raste ich aus Was? Oh Gott Mehr, 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 ich bade Waffe Ich bin geliefert, wenn ich jetzt keine gescheite Waffe bekomme Wie bitte? Nein Oh oh, oh oh Alter, wenn, das ist Welle 6 Eins schaff ich noch, eins spiel schaff ich noch Ich will doch jetzt einfach nur, ich will was zu essen Und wenn ich dann, komm, pumpe ich euch tot Ich will hier gerade auch nicht eine andere Map machen Nein, ich will diese Map jetzt meistern Wenigstens, wenigstens Welle 10 Männischens Knapp Jetzt sind wir den Stift ins Auge geschmissen? Nein Flaschen schmeiß ich mir nicht ins Auge, aber ich hab Durst Ja, 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 ja La, la, la Wo bleibt ihr, Zombies, wo bleibt ihr? Wo bleibt ihr? Moment mal Ja, klar, Mr. Octopus Das muss ich mir auch holen Dieses Octopus-Spiel und dieses, dieses Goal-Simulator brauche ich auch noch Das ist so gut, das ist so gut, das ist so gut, das ist so gut Ich hol mir jetzt direkt an der Peniskiste die geilen Waffen Nein, please, please Super, IT-Treffer Da, 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 da zu gepeitschten. Ach ja, ich kann es eigentlich, ich kann eigentlich die riesige fette News, kann ich auch schon direkt jetzt sagen.